Die deutsche Nationalspielerin spielt also heute hier als Nummer 6. Nadine Riesen mit Laura Vetterlein. Pando hätte wieder viel Platz, aber der Ball kommt auf die andere Seite. Zu Megro, die hat etwas Glück, denn da verschätzt sich die Gegenspielerin. Megro Pjubel tut! Hier schön die Flanke von Megro und Pjubel trifft zum 1-1. Champions League. Nachdem die Schweizerinnen das Hinspiel in Sarajevo bereits mit 7 zu 0 gewonnen haben, war die Qualifikation schon vor dem Rückspiel so gut wie sicher. Trotzdem zeigen die Frauen des FCZ im Stadion des FC Schaffhausen einen beherzten Auftritt. Seraina Pjubel trifft bereits in der ersten Halbzeit zweimal. In der 72. Minute ist es dann Alaya Pilgrim, welche mit ihrem Treffer den Tore-mässigen Schlusspunkt der Partie setzt. Damit setzen sich die FCZ-Frauen mit einem Gesamtscore von 10 zu 0 gegen Sarajevo durch. Das ist dann Alaya Pilgrim, welche mit ihrem Treffer den Tore-mässigen Schlusspunkt der 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 Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore-Tore